Willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Mittwoch, der 6. Dezember und damit Nikolaus und wir stecken Ihnen heute neue Elektro-Transporter von Toyota in den Stiefel. Außerdem geht es um eine ausgesetzte BAFA-Förderung, einen BMW mit Reichweitenrekord und neuen Schnellladern an den Autohäusern der vielen Marken von Stellantis. Mit dem auch elektrisch angebotenen neuen Pro Ace Max steigt Toyota in das Segment der großen Transporter ein. Gleichzeitig vertieft der Hersteller durch das Modell seine Zusammenarbeit mit Stellantis. Dass die Kooperation von Stellantis und Toyota von den kleinen Kastenwagen-Modellen und den Transportern der 5-Meter-Klasse auch auf die großen Modelle ausgeweitet werden soll, ist bereits seit Mai 2022 bekannt. Mit dem Debüt des Pro Ace Max hat Toyota aber noch das große Antriebsupdate abgewartet, das Stellantis bei seinen Transportern im Oktober vorgestellt hatte. Das bedeutet, bei der vollelektrischen Variante des Pro Ace Max kommen ein Elektromotor mit 200 kW und ein Akku mit 110 kWh zum Einsatz. So wird eine WLTP-Reichweite von bis zu 420 km möglich. Die bisher im Fiat Educato und den Schwesternmodellen angebotten Batterievarianten mit 37 und 70 kWh wurden ersatzlos gestrichen und kommen daher bei Toyota gar nicht erst zum Einsatz. Dafür kann der große Akku mit bis zu 150 kW geladen werden. Ein Ladevorgang auf 80 Prozent soll 55 Minuten dauern. Für das AC Laden ist ein 11 kW Onboard Charger verbaut. Kunden können aus zwei Radständen, drei Längen und drei Höhen wählen. So ergeben sich maximal 17 Kubikmeter Ladevolumen oder genügend Platz für 5 Euro-Paletten. Neben dem Kastenwagen ist der Toyota Pro Ace Max auch als Fahrgestell für vielfache Aufbauten, als Pritschenwagen und als Kipper erhältlich. Jeweils als Einzel- oder Doppelkabine mit insgesamt bis zu sieben Sitzplätzen. Bei der Elektroversion liegt das zulässige Gesamtgewicht bei 4,25 Tonnen. Die Nutzlast gibt Toyota mit 1,5 und die Anhängelaste mit 2,4 Tonnen an. Diese Werte können je nach der gewählten Karosserie leicht abweichen. Der Pro Ace Max wird in das Land des Werken in Polen und in Italien produziert. Der Marktstart ist für das zweite Halbjahr 2024 geplant. Preise nennt Toyota für den neuen Pro Ace Max allerdings noch nicht. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hat aufgrund der Ausgabensperre im Bundeshaushalt neun Förderprogramme vorübergehend ausgesetzt, die bisher hauptsächlich aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziert wurden. Dazu gehört auch die sogenannte E-Lasten-Fahrrad-Richtlinie zur Förderung von Elektro-Lastenfahrrädern in Wirtschaft und Kommunen. Für dieses und acht weitere Programme werden mit sofortiger Wirkung und bis auf Weiteres sowohl die Annahme als auch die Bewilligung von Anträgen pausiert, wie das BAFA mitteilt. Die Richtlinie zur Förderung von E-Lasten-Fahrrädern für den fahrradgebundenen Lastenverkehr in Wirtschaft und Kommunen ging im Februar 2021 an den Start. Damit sollten Mikrodepots und gewerbliche E-Lastenräder unterstützt werden. Für Privatkunden war die Richtlinie nicht gedacht. Förderfähig waren 25 Prozent der Ausgaben für die Anschaffung. Maximal jedoch 2.500 Euro pro E-Lastenrad beziehungsweise Anhänger mit E-Antrieb. Eigentlich sollten Anträge noch bis Ende Februar 2024 möglich sein. Genau das schränkt die Haushaltssperre nun ein. Der Umweltbonus für E-Autos ist nicht betroffen. Eine spektakuläre Reichweitenfahrt von knapp 1000 Kilometer haben BMW und das Batterie Startup One realisiert. Dazu wurde ein BMW iX mit der Batterietechnologie namens Gemini ausgerüstet. Die exakt erreichte WRTP-Reichweite betrug 978,4 Kilometer. Bei dem Gemini-Akku handelt es sich um ein gemischtes Batterie-Pack. Dazu wird an eine LFP-Batterie mit Cell-to-Pack-Technologie ein zweites hochenergetisches Batterie-Pack angekoppelt, welches die Hauptbatterie wie einen Range Extender nachlädt. Our Next Energy, wie das Startup aus den USA ohne Abkürzung heißt, hatte im vergangenen Jahr mit BMW die Integration der Gemini-Batterietechnik in einen BMW iX vereinbart. Nachdem die Leistungsfähigkeit nun demonstriert wurde, will sich das Unternehmen auf die weiteren Verfeinerungen konzentrieren und die Kommerzialisierung vorantreiben. Bei der Ankündigung der Kooperation gab One eine Zielmarke von 965 Kilometern an. Die Demofahrt war also eine recht genaue Punktlandung, sie ging sogar 13 Kilometer weiter als geplant. BMW ist einer der Investoren von Our Next Energy. Daher ist es auch naheliegend, ein BMW-Fahrzeug für Tests zu verwenden. 2022 hatte One einen Prototyp seiner Batterie aber auch in einen Tesla Model S eingebaut und dabei nach eigenen Angaben eine Reichweite von rund 1200 Kilometern erzielt. Der Energiegehalt des verbauten Akkus lag damals mit rund 204 Kilowattstunden ungefähr doppelt so hoch wie das Original-Batterie-Pack von Tesla. Und das bei gleichen Abmessungen. Im Rahmen der aktuellen Demonstrationsfahrt wiederholt One, dass der Lithiumbedarf mit der Gemini-Batterie um 20 Prozent gesenkt werden könne. Der Graphitbedarf sogar um 60 Prozent. Zudem sollen der Einsatz von Nickel und Kobalt minimiert werden. In den USA plant Our Next Energy eine Batteriefabrik, die 2027 in der Lage sein soll, 200.000 Batterie-Packs pro Jahr herzustellen. Der Mehrmarkenkonzern Stellantis will seine Ladeinfrastruktur ausbauen. Bis Ende 2024 wird an offiziellen Händlerstandorten in ganz Europa ein Netzwerk von DC-Ladestationen mit mindestens 50 kW Leistung installiert. Stellantis wird die Ladepunkte aber nicht selbst bauen und betreiben. Geplant sind 400 Standorte mit bis zu 1600 Ladepunkten. Eine Verteilung nach Ländern wurde nicht genannt. Die Ladestationen werden unter dem Label Free-to-Move-Charge geführt, also dem im Sommer vorgestellten Ladeökosystem des Konzerns. Die Händler der Stellantis-Marken stellen die Standorte bereit. Bisher nicht namentlich genannte renommierte CPOs werden in Ladestationen investieren, diese entwickeln und betreiben. Da die Betreiber und ihre Pläne noch nicht genannt werden, sind noch keine Details zu den Ladestationen bekannt. Stellantis selbst gibt nur an, dass die Ladepunkte mindestens 50 kW haben sollen. Damit steht nur fest, dass es sich nicht zum Beispiel um 20 kW Lader wie bei vielen VW-Händlern drehen wird. Ob der jeweilige Partner CPO-Säulen mit 50 kW noch für ein gutes Geschäftsmodell hält oder lieber eine kW und mehr installiert, wird offengelassen. Klar ist aber, dass jeder Standort mit mehreren Schnellladestationen ausgestattet werden soll, sodass die Handelspartner ein nahtloses, erstklassiges Ladeerlebnis bieten können, wie es heißt. Grundsätzlich stehen die Ladestationen allen Marken zur Verfügung. Nutzer von Elektrofahrzeugen der Stellantis-Marken erhalten aber über die App Free-to-Move-Charge-Go Zugang zu vergünstigten Ladetarifen. Der Triebwerkshersteller Rolls-Royce will sich von seinem Geschäft mit elektrischen Antrieben für Flugzeuge trennen. Der Vorstandschef sieht die sogenannte Sustainable Aviation Fuels auf absehbare Zeit als einziges Mittel für große Flugzeuge, um die Klimaziele zu erreichen. Das Unternehmen prüft laut eigener Mitteilung Optionen für einen kurzfristigen Ausstieg aus dem Geschäftsbereich namens Rolls-Royce Electrical oder alternativ die Reduzierung auf eine Minderheitsbeteiligung mit der Absicht mittelfristig vollständig auszusteigen. Damit positioniert sich Rolls-Royce klar gegen Elektroantriebe bei großen Flugzeugen. Um Missverständnissen vorzubeugen, während die Autosparte von Rolls-Royce zu BMW gehört, gibt es immer noch einen eigenständigen Teil des Unternehmens, der sich auf den Bau von Flugzeug- und Schiffsantrieben spezialisiert hat. Nach der Einschätzung von Rolls-Royce sind in der Luftfahrt die Sustainable Aviation Fuels auf absehbare Zeit die einzig realistische Lösung. Dabei handelt es sich um nachhaltig hergestellten Kraftstoff aus nicht-fossilen Rohstoffen der biologischer oder synthetischer Natur sein kann. Neben batterieelektrischen Antrieben hält Rolls-Royce auch Wasserstoffe nicht für eine mittelfristig realisierbare Alternative. Das waren die News und Highlights der Elektromobilität zum Nikolaus. Schön, dass Sie dabei waren. Wir melden uns mit dem Immobility Update am Morgen Donnerstag schon wieder. Bis dahin, machen Sie es gut!